Mein Name ist Christian Krenn, es freut mich heute als Geschäftsführer von IS in Casa Service zu Ihnen sprechen zu dürfen und möchte Ihnen heute einige Themen ansprechen und zwar möchte ich grundsätzlich darüber sprechen, wie sieht die Schuldnerstruktur aus in Österreich, wie ist es um die Kapitalmöglichkeiten der einzelnen Unternehmen und der Schuldner bestellt, welche Möglichkeiten haben Sie einerseits als Unternehmer und andererseits als Bund, als Land oder als Gemeinden und was können wir als IS in Casa Service für Sie hier bereitstellen und was können wir für Sie tun. Hier, Sekunde, einerseits als erster Punkt in der Agenda werde ich Ihnen eine Umfrage darstellen, wie es einerseits von über einer Million Betreibungen von den Betreibenden selber und von den Schuldnern gesehen wird, Zahlungsmoral, Zahlungsverhalten, dann auch wie nochmal um die Gemeinden und hier sehen Sie schon als erster Punkt die Entwicklung der Zahlungsmoral. Vorab möchte ich Ihnen schon sagen, in Europa ist Österreich nach wie vor ganz vorne dabei, wir haben eine sehr gute Zahlungsmoral und auch ein vorbildhaftes Zahlungsverhalten. Nichtsdestotrotz erkennen wir einen Trend, der, wenn er so weitergeht, nicht in die positive Richtung führt. Hier sind wir angehalten, einerseits als Unternehmen auch nach wie vor zu sehen, wie kann ich schnell und effizient meine Forderungen, für die ich eine ordentliche Leistung erbracht habe, auch einbringlich zu machen und oder mir einen Dienstleister zu suchen, der das für mich übernimmt. Hier sehen Sie, dass zwar ein großer Teil unverändert geblieben ist, das heißt nach wie vor positiv, hier aber auch ein nicht unerheblicher Teil, nämlich fast ein Drittel, sich verschlechtert hat. Wenn wir uns die Entwicklung des Zahlungsverhaltens ansehen, dann haben wir auch hier wieder einen nicht unerheblichen Teil von 38 Prozent, der sich verschlechtert hat und 5 Prozent sogar verbessert. Hier ist ja auch ein kleiner, positiver Trend zu vernehmen. Bei den Unternehmen sieht es ein bisschen anders aus. Hier hat es leider keine Besserung ergeben und nach wie vor sind die Nachwirkungen der Wirtschaftskrise zu spüren. Hier haben wir noch Fragen gestellt, was sind die Gründe für das Nichtbezahlen dieser offenen Forderungen. Hier haben wir aufgeteilt zwischen Privatpersonen und Unternehmen, hier sehen Sie Privatpersonen und hier sehen Sie, dass ein großer Teil Überschuldung ist. Das ist nach wie vor, da auch begründet Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, die vorhandenen Rückstellungen der Personen sind aufgebraucht, die gut haben und hier natürlich führt es dann auch immer wieder zu Nichtbezahlen von Rechnung aufgrund der Überschuldung. Aber meins möchte ich Ihnen auch zeigen, 69 Prozent gehen davon aus, dass das Nichtzahlen aufgrund eines Vorsatzes beruht. Das heißt, ich will gewisse Dinge nicht zahlen. Und hier müssen Sie dann als Unternehmer, als Bund, als Staat, als Gemeinde aktiv werden. Bei den Unternehmen sehen Sie hier Umsatzschwäche, auch natürlich ein Punkt der Wirtschaftskrise und ein Problem für die Unternehmen. Aber ein weiterer Punkt, Punkt 2, möchte ich hier jetzt explizit ansprechen. Es geht um das bewusste Ausnutzen von Zahlungszielen und Überschreitungen. Hier ist auch der Bund oder die öffentliche Hand natürlich betroffen. Was uns sehr freut ist, dass es hier jetzt mit 16. März 2013 ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, das Zahlungsverzugsgesetz, das hier europaweit auch, und jetzt umgesetzt wurde auch in Österreich, hier die Unternehmen einerseits unterstützt, mit zum Beispiel der Neuregelung der Geldschuld, der Springschuld, mit einer Rechtzeitigkeit von Banküberweisungen und natürlich auch mit einer kleinen Anhebung des Verzugszinssatzes, um auch hier einen gewissen Druck auszuüben zu können. Die nächste Folie zeigt Ihnen, dass ein bedenklich hoher Anteil, nämlich 44 Prozent der Schuldner in Österreich, jünger als 30 Jahre sind. Das ist natürlich begründet aufgrund des geringeren Einkommens, wie auch der Tatsache, dass die Verlockungen als junger Konsumgüter zu bestellen und andere Verlockungen zu erlegen, wesentlich höher sind als bei der älteren Generation. Auch, wenn vorher durch die Vorreden angesprochen, der demografische Wandel uns da natürlich helfen wird, weil die ältere Generation viel pünktlichere und viel besseres Zahlungsverhalten haben. Nichtsdestotrotz müssen wir auch schauen, wie können wir die jungen Leute unterstützen, hier nicht in einen Strudel der Schulden und eventuell einer Privatinsolvenz zu geraten. Sehr geehrte Damen, Sie haben es wahrscheinlich schon vorher gewusst, ohne mein Bild zu sehen, Frauen sind natürlich die besseren Schuldner, unter Anführungszeichen, haben eine bessere Zahlungsmoral. Nichtsdestotrotz können wir im Laufe der letzten zehn Jahre hier auch einen Trend entwickeln, dass die Frauen aufholen. Eine weitere Folie zeigt Ihnen, dass wir in Österreich einen Ost-West-Tendenz haben, auch begründet natürlich durch die höhere Bevölkerungsdichte, aber nichtsdestotrotz, Wien hat den höchsten Anteil der Schuldner auch relativ gesehen, gefolgt von den Zerwaltungszentren in Oberösterreich und Niederösterreich. Jetzt können Sie natürlich sagen, naja, dann suche ich mir die Schuldner aus und nehme mir die Tiroler Hausfrau, über 50 als Kunden und ich habe natürlich automatisch hier die beste Zahlungsmoral. Leider funktioniert das so nicht. Sie können, teilweise der Bundstaat kann sich seine Kunden nicht aussuchen, im Gegenteil, es ist für uns da zu sein, aber nichtsdestotrotz, unternehmerisches Denken ist auch hier gefragt und es geht darum, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit den Risken um, die sich daraus auch ergeben. Und wenn wir uns die nächste Folie ansehen, dann sehen wir auch hier, dass die Finanzschuld der Gemeinden fast deckungsgleich mit denen der Privathaushalte ist. Und auch hier gibt es einiges an Potenzial für die Zukunft zu sehen, wobei wir auch alle gemeinsam natürlich sehen sollten, dass es nicht Probleme sind, sondern Herausforderungen für die Zukunft. Wenn wir hier die Finanzschulden der Gemeinden und der Kommunen uns ansehen, dann hat sich hier die Größenordnung nicht drastisch verändert. Das ist einerseits ein positives Zeichen. Andererseits hat es sich ja auch nicht dermaßen verringert. Und hier muss man sagen, diese Stagnation wirft gewisse Bedenken auf. Was für Möglichkeiten haben Sie jetzt als Unternehmer, als Bund, als Staat, als Kommune, als Gemeinde? Die Möglichkeiten sind vielerlei. Nach unseren Recherchen werden nur vier tatsächlich wahrgenommen. Eine gängige Möglichkeit ist, dass sofort, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, die Forderung einzubringen, dann wird zu einem Anwalt gegangen. Die Anwälte freuen sich natürlich dann sehr, weil sie einerseits hier ihre Forderungen, sie sind auch Gebührenverordnung geregelt, können sie verlangen und sie bekommen ihr Geld auf jeden Fall. Ob es jetzt vom Schulden ist, vom Gläubiger, das ist schön. Und natürlich, wenn nicht Erfolg des Anwalts vorhanden ist, dann wird zum Gericht gegangen. Fast 30 Prozent der Befragten gehen diesen Weg. Das beschäftigt unsere Gerichte dermaßen, wo wir eigentlich sehen, dass es hier nicht unbedingt sein muss. Und man muss natürlich auch sehen, dass man hier die Schuldner, teilweise auch diese große Gruppe von Jugendlichen, 44 Prozent der Anteil der Schuldner sind unter 30 Jahre. Diese werden vor Gericht vielleicht auch hier mit einer Mannklage und Betitulierungen belegt, die in späterer Folge Ihnen ein Weiterkommen im Berufsleben oder auch, wenn Sie Investitionsmöglichkeiten suchen bei Banken, ein schlechtes Rating ausgeben und damit Ihnen die Möglichkeit für die Zukunft verbauen. Viele größere Unternehmen haben natürlich eine andere Möglichkeit. Sie schaffen sich ein eigenes Debitorenmanagement. Das wird aufgebaut, hier habe ich eine eigene Mahnabteilung und eine eigene Inkassoabteilung. Das funktioniert vielleicht ganz gut, hat aber auch große Nachteile. Die Nachteile sind dadurch begründet, dass Sie nicht die volle Bandbreite eines Professionisten haben können. Sie haben nicht die Vergleichsmöglichkeiten über den ganzen Markt. Sie haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe vorher schon einen Fall, ich kenne diese Person, diesen Schuldner schon, ich habe diesen schon bewertet. Macht es Sinn, weitere Schritte zu machen oder muss ich ihm Zeit geben und so weiter. Was mich wirklich schockiert hat, ist, dass fast 20% der Befragten sagen, ja wenn sie nicht einbringlich gemacht werden kann, dann habe ich halt Pech gehabt. Was führt dazu? Ich meine, sehr viele Unternehmungen haben schon vor Haus eine dünne Kapitaldecke. Und es führt dann auch oft zu Firmeninsolvenzen und die Leute verlieren ihre Arbeitsplätze. Der vierte Punkt, und deswegen stehe ich auch heute hier, ist halt, wenn man sich einen professionellen Dienstleister sucht, der diese Dinge für ihn übernimmt. Und hier möchte ich ganz einen kurzen Ausblick machen. Was tun wir? Österreich ist seit, wir haben jetzt hier 38 Jahre, in Wahrheit ist es so, in 2014 werden wir unser 40-jähriges Jubiläum feiern. Wir sind in Österreich, aber auch in Deutschland, Schweiz, Slowenien, Kroatien vertreten. Wir können die Unternehmen europaweit, sogar weltweit mit unseren Partnern mit dieser Dienstleistung versorgen. Wir haben im Jahr 2012 fast 50 Millionen Euro der österreichischen Wirtschaft zurückgegeben an offenen Forderungen. Und das ist auch der Grund, warum ich bei Inkasso geblieben bin. Als ich gefragt wurde, ob ich diese Tätigkeit annehmen möchte 2004, da habe ich gesagt, Inkasso, das ist etwas, ich weiß nicht, es hat so negativ behaftet und ich fühlte mich nicht wirklich wohl bei der Tatsache, für Inkasso-Unternehmen zu arbeiten. Aber dann habe ich gesehen, was wir für die Wirtschaft tun können. Und ich sehe auch jetzt das Potenzial, was wir für den Staat tun können. Wir haben, wie gesagt, Sie sehen es hier selber, 300.000 bis 400.000 Falleingänge, neue Eingänge pro Jahr. Das ist einerseits bedenklich, andererseits sehe ich auch, wie wichtig es ist, unsere Dienstleistungen anzubieten. Verteilt, Sie sehen hier einen großen Anteil unserer Dienstleistung, fast 40 Prozent, ist der größte Teil. Und das machen wir auch mit einem der öffentlichen Hand nahen Unternehmen, nämlich der Gebühreninfoservice des ORFs, das ist eine Tochtergesellschaft des ORFs. Und hier kümmern wir uns darum, die offenen Außenstände der GIS einzubringen. Ein weiterer großer Bereich ist die Telekommunikation. Hier sind wir für die A1 Telekom, A1 Mobilcom tätig, aber auch für Hutchison und für andere Mobilfunkanbieter. Geldkreditversicherung, natürlich einerseits BABAK aus ganz großen Kunden von uns und natürlich Versicherungen wie Generali und andere Versicherungen. Was und wie können wir Sie unterstützen? Im Laufe der vier Jahrzehnte unserer Tätigkeit haben wir uns vom reinen Inkassounternehmen weiterentwickelt. Auch hier wollten wir keinen Stimmstall hinnehmen. Hier haben wir einerseits den CMS-Bereich, was Sie auf der rechten Seite sehen, der das vorgerichtliche Inkasso, das gerichtliche Inkasso und das Bewachungsservice darstellt. Andererseits haben wir auch schon versucht und bieten wir an, schon vorab, bevor es zu offenen Forderungen kommen kann, Sie zu unterstützen, mit unserem Know-how, eben wo Sie via Bonitätsauskünfte anbieten, aber auch ein Debitorenmanagement. Und neu, also ein neuer Schlagwert, das heißt Early Collections, das ist schon, ich komme auf den potenziellen Schuldner zu, bevor diese Schulden tatsächlich entstehen und versuche mit ihm Lösungsmöglichkeiten zu treffen, bevor es in Inkassofall wird. Early Collections, gerade angesprochen, ist eben eine Möglichkeit, dass sobald das Zahlungsziel überschritten wird, die erste Kontaktaufnahme zu machen. Danach den Gründen zu suchen, warum gibt es hier ein Problem mit der Zahlung. Oft kann diese frühe Maßnahme zu einer Zahlung führen oder eben auch zu der Tatsache oder zu der Grundlage, wie man weiter verfährt. Die Vorteile, die Sie daraus ergeben, ist eben, einerseits verlieren Sie Ihr positives Image nicht, da Sie eben diese Problemlösungskompetenz gezeigt haben. Sie bewahren auch die Kundenbeziehung. Sie vermeiden weitere Betreibungsaktivitäten. Unsere Erfahrung ist eindeutig die, dass einen bestehenden Kunden zu erhalten, viel kostengünstiger ist, als wie über eine teure Marketingmaschinerie Neukunden zu gewinnen. Halten Sie Ihre Kunden, indem Sie auch hier die Kompetenz im Forderungsmanagement beweisen. Der nächste Punkt, vorgerichtliches Inkasso. Das ist natürlich unser Mäzen, unsere größte Stärke. Und hier versuchen wir auch, möglichst alle Fälle zu lösen. Nicht nur, weil gerichtliche Betreibungen kostenspielig sind. Die Gerichte sind beschäftigt genug. Es geht uns auch um den Schuldner. Weil der Schuldner hier über Inkasso mit geringeren Kosten natürlich auch davonkommt und nicht Gerichtsverfahren, Anwälte, Gerichtskosten und Säumsträger auch noch zu tragen hat, zusätzlich dazu. Hier würden Sie von unserer langjährigen Erfahrung profitieren. Wir haben individuelle Systeme geschaffen. Wir haben über 1500 Workflows im Einsatz, die alle Kundenanforderungen entsprechen. Auch hier haben wir ein Champion-Challenger-System, das ständig auf dem neuesten Stand, wir probieren ständig neue Dinge aus und so uns ständig mit diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu steigern und zu verbessern. Sollte es über den vorgerichtlichen Weg nicht möglich sein, so bieten wir auch hier ein gerichtliches Inkasso an mit unseren Partneranwälten. Nur, es ist nicht ganz einfach so, dass wir einfach die Fälle auf dem Anwalt übergeben. Hier haben wir spezielle Schnittstellen geschaffen. Hier wird von unserer Sachbearbeitung schon fixfertig alles vorbereitet, mit einem Knopfdruck an den Anwalt übergeben und auch hier die Kosten niedrig zu halten. Und hier wird vorab ein Scoring durchgeführt. Das heißt, Sie werden mit einer großen Wahrscheinlichkeit, hier haben wir eine Fehlerquote von unter 15 Prozent, wissen wir vorher schon, wie der Gerichtsfall auch tatsächlich ausgehen wird. Und Sie haben natürlich dann auch die Möglichkeit, Ihre Forderungen nicht nur drei Jahre, sondern auch 30 Jahre einbringlich zu machen. Auch natürlich die öffentliche Hand unterstützen wir so. Hier brauchen wir keine Mahnklage, aber hier haben Sie ja schon einen Rückstandsausweis oder einen Titel ex lege, wie man sagt, und den können Sie auch über unsere Dienstleistung dann exekutieren lassen. Überwachungsservice, natürlich haben wir auch hier für die gerichtlichen Titel, die wir einerseits durchgeführt haben oder die Sie uns übergeben, eigene Kampagnen entwickelt, wo wir immer wieder an den Schulen herantreten und mit ihm Lösungsmöglichkeiten zu finden suchen. Neu in unserem Programm, seit zwei Jahren machen wir das und bieten wir das an, ist eben der Kauf von leistungsgestörten Forderungen. Das heißt, in Österreich braucht man ja eine Banklizenz, um Forderungen kaufen zu können. Deswegen haben wir uns einen Partner gesucht, einen europaweit tätigen Partner mit Hauptsitz in Deutschland, aber auch in Österreich, den wir mit dem Kauf beauftragen und wir servicieren als österreichische Dienstleister dann Ihre Forderungen in Österreich. Die Möglichkeiten, die sich dadurch für Sie ergeben, Ihr Nutzen davon ist Verbesserung der Rentabilität, der Bonität, des Ratings und Ihrer Bilanzkennzahlen. Und natürlich sichern Sie auch Ihre Ausfallrisken damit ab. Ganz kurz zu unserer Philosophie. Für uns ist der Kunde an oberster Stelle. Die Zufriedenheit, natürlich auch das Vertrauen. Unser Geschäft ist sehr stark vom Vertrauen abhängig. Sie übergeben uns einerseits Kapitalien, die wir einbringlich machen sollen, und einerseits ja auch Ihre Kinder, Ihre Kunden, die Sie hart erarbeitet haben. Und auch hier versuchen wir mit langfristiger Verbindung, ich sage explizit Verbindung und nicht Bindung, weil unsere Verträge immer so gestaltet sind, dass Sie jederzeit sagen können, ich möchte nicht mehr. Wenn Sie unzufrieden sind, Sie haben keine Knebelverträge, Sie können jederzeit aussteigen, Sie haben hier keine Bindung, weil wir eben keine Bindung suchen, sondern eine Verbindung. Wenn Sie nicht zufrieden sind mit uns, dann versuchen wir das natürlich immer auszuräumen. Aber uns ist es wichtig, dass Sie mit uns als Dienstleister uns vertrauen können, und wenn nicht, dann können Sie jederzeit die Geschäftsbedingungen mit uns beenden, ohne eine penale, ohne irgendwelche Einschränkungen. Ein weiterer Punkt natürlich, der Schuldner. Der Schuldner ist jene Person, die wir kontaktieren, mit der wir täglich zu tun haben. Aber uns ist es ganz wichtig, dass wir einerseits ein ethisch korrektes Auftreten und Verhalten an den Taglichen mit dem Schuldner, weil auch hier sind sehr oft persönliche Schicksale betroffen, und ihm alle Möglichkeiten zu bieten. Wir bieten Möglichkeiten, natürlich Post, Telefon, Mail ist ja Standard und Fax natürlich auch. Was wir jetzt gerade im Schaffen sind, das wird im Q3 fertiggestellt, ist ein ganz neues Portal. Viele Unternehmen, wie wir sind, haben ein eigenes Portal geschaffen für die Kunden. Der Kunde kann sich informieren, die Dienstleistung, kann Fälle übergeben, kann das Impressum ansehen und so weiter. Aber was wir aus der Acht gelassen haben in der Vergangenheit, und das werden wir jetzt nachholen, ist auch ein Portal zu schaffen für die Schuldner. Der Schuldner kann sich dann umfassend, wie auch der Vorredner gesagt hat, die Transparenz ist ganz ein wichtiger Punkt. Der Schuldner wird sich in Zukunft auch bei uns jederzeit über alle Tätigkeiten informieren können. Er wird sehen können, auch mit einer mobilen App, wo stehe ich, wie läuft meine Ratenzahlung, wie viele Raten habe ich noch und so weiter. Also hier volle Transparenz und alle Daten werden dem Schuldner zur Verfügung gestellt. Und wie erreiche ich das? Wie erreiche ich jetzt das, dass ich einen Kunden zufriedenstelle und mit den Schuldner sorgvoll umgehe? Das schaffe ich nur mit meinem wertvollsten Gutausunternehmer, das sind meine Mitarbeiter. Meine Mitarbeiter sind hochqualifizierte Mitarbeiter, weil ich, als ich damals von der Universität kam, ich wollte sofort alles umstellen. Prozessketten einführen, möglichst schlank das alles gestalten. Bis ich bemerkt habe, dass ich damit viel verlieren würde. Natürlich ist es kostenspieliger und aufwendiger, Mitarbeiter von Anfang bis zum Ende alles machen zu lassen. Aber es hat auch große Vorteile. Bei uns ist eine Sachverwalt von Anfang bis zum Ende für ihre Akten verantwortlich. Das heißt, das sind ihre Kinder wieder. Und wenn der Gläubiger eine Anfrage hat, dann gibt es immer nur eine Ansprechperson. Und es gibt eine eindeutige Identifizierung mit der Aufgabe. Und nicht, was vor mir passiert, ist mir egal und was nach mir passiert, ist mir egal. Unsere Mitarbeiter sind hochgeschult, werden ständig weitergebildet und, das freut mich ganz besonders, wir haben eine Fluktuation, die unter 0,01 Prozent liegt. Das heißt, unsere Mitarbeiter, die meisten sind von Anfang an dabei und wir können diesen Stand auch permanent halten. Unsere Arbeitsweise habe ich Ihnen schon kurz vorgestellt. Wir sind schnell anpassungsfähig. Wir sind bei den Mitarbeitern so aufgestellt, dass sie alles erledigt, von Anfang bis zum Ende. Aber im Management sind wir sehr lean. Und deswegen versuchen wir jederzeit, Ihre Anforderungen, die Sie haben, schnell und unkompliziert mit der hauseigenen IT zu lösen. Auch hier entstehen Ihnen nie Kosten für Ihre Schnittstellenanpassung, für Ihre Anforderungen im Reporting, was auch immer. Für Ihre technische Unterstützung, die Sie im eigenen System haben, verrechnen wir nie Kosten, sondern wir gehen davon aus oder wir gehen den Weg der langfristigen Verbindung mit Ihnen. Wir haben auch seit neun Jahren ein eigenes Scoring im Einsatz mit balancierten Scorekarten, die ständig weiterentwickelt werden. Wie ich angesprochen habe, haben wir hier die Möglichkeit, jederzeit, wenn wir den Fall übergeben bekommen, schon eine erste Analyse zu machen und auch im vorgerichtlichen Bereich Ihnen eine Prognose geben zu können, in welche Richtung sich der Fall entwickeln wird. Wie vorhin angesprochen, haben wir auch im öffentlichen Bereich schon einiges an Kunden und einiges an zufriedenen Kunden. So darf ich sagen, hier sehen Sie zum Beispiel die Gebühreninfoservice, für die wir in einem Jahr 18 Millionen Euro pro Jahr einbringlich machen. Das sind 140.000 Fälle, die uns übergeben werden und über 800 Schuldnerkontakte täglich. Ein weiterer Kunde, den ich hier angeben darf, ist ein Wiener Energieversorger im öffentlichen Bereich. Auch hier hatten wir über eine halbe Million Euro einbringlich gemacht und das mit nicht ganz 4.000 Übergaben pro Jahr. ISNK ist der Marktführer in Österreich und deswegen haben wir fast 5.000 Kunden und die ziehen sich querbeet durch alle Branchen und die sind nur hier kurz angeführt. So wie der Vorredner angesprochen hat, wo liegt Ihr Nutzen? Ihr Nutzen liegt natürlich einerseits in dem immer wichtig gewährenden Cashflow, Geldfluss, der einerseits Sie früher zu Ihren Geldern bringt. Sie haben die Leistung erbracht. Sie haben die Leistung erbracht, die Waren geliefert und Ihre Dienstleistungen exquisit abgeschlossen und dann bekommen Sie kein Geld dafür. Das finden wir ungerecht und deswegen unterstützen wir Sie dabei auch. Ein weiterer Punkt ist auch die Kundenbeziehung. Oft ist es schwierig, mit den Kunden über das Geld so zu kommunizieren zu können. Vielleicht, wenn auch schon ein paar Worte gefallen sind. Hier übernehmen wir die Position des Dritten. Der Dritte, der unabhängig an den Schulden herangeht und eine Lösung sucht zu finden. Und ein weiterer Nutzen natürlich für Sie ist, dass das ohne Kosten für Sie entsteht. Sie haben keine Kosten für Mahnungen, für die Porto, das Sie ausgeben, für die Mitarbeiterkapazitäten, die Sie damit binden. Im vorgerichtlichen Bereich bieten wir Ihnen unsere Dienstleistung völlig kostenfrei an. Ihnen stehen keine Kosten, Sie tragen auch kein Risiko. Im gerichtlichen Bereich kann ich Ihnen so weit anbieten, dass Sie bei den Anwaltskosten wie immer eine Lösung finden und es sind nur die Barauslagen zu tragen. Wir haben schon seit zwölf Jahren mit Gemeinden, mit Gemeindeschulden zu tun. Hier ist es aber so, dass wir die hoheitlichen Forderungen nicht betreiben dürfen. Es gibt nach wie vor eine Verordnung, die uns verbietet, die hoheitlichen Forderungen zu betreiben. Eventuell wird es in den nächsten Jahren hier ein Umdenken geben. Der Rechnungshof prüft gerade, weil es natürlich auch hier um sehr viel Geld geht und auch die Gemeinden würden es begrüßen, sich einen professionellen Partner suchen zu können. Leider ist es noch nicht so weit, aber wenn es so weit sein wird, stehen wir gewährbefuß und werden natürlich die öffentliche Hand tatkräftigst unterstützen. Aber auch in der Zwischenzeit können wir andere Dienstleistungen, die erbracht worden sind von den Gemeinden, hier mit unserem Forderungsmanagement bedienen. Hier sind einige angeführt, eben Veranstaltungsräume, Kindergärten, Schwimmbäder, Sportanlagen, Friedhöfe, Feuerwehreinsätze, auch Kabel-TV, das von den Gemeinden anbietet, betreiben wir inzwischen schon seit über zwölf Jahren für die Gemeinden. Österreichs und ohne Wien, habe ich vorher Ihnen nämlich kurz gezeigt, hatten wir Ende 2010 eben sieben bis zehn Milliarden Euro. Hier besteht ein großes Einsparungspotenzial. Und hier geht es uns nicht darum, dass Mitarbeiter von Gemeinden dann keine Arbeit mehr haben. Im Gegenteil, viele Gemeinden, für die wir arbeiten, haben sofort Tätigkeiten gefunden, auch im gegenseitigen Austausch. Auch wir haben dann zum Beispiel eine Gemeinde mit unseren ZMR-Anfragen versorgt. Hier haben wir die Anfragen bei den Gemeinden durchgeführt und der Mitarbeiter, der vorher das Forderungsmanagement gemacht hat, hat nachher Auskünfte erteilt. So gesehen hat die Gemeinde, die Kommune Einsparungen gehabt und gleichzeitig aber auch zusätzliche Umsätze lukriert, in der Gemeinde, in der Kommune. Hier sehen Sie ein Beispiel einer Gmuntmerk-Gemeinde. Uns wurden 150.000 Euro übergeben. Inzwischen konnten wir 98.000 davon einbringlich machen. Das ist eine Einbringungsquote von 65 Prozent. Und Sie sehen auch die Entwicklung, ob es jetzt von uns geschuldet ist, sei dahingestellt. Aber hier sehen Sie eine Gemeindeschuldentwicklung pro Kopf, die zurückgeht. Vielen Dank. Vielen Dank.